Guten Tag, hier ist der Guzor wieder, er spricht wieder sehr schnell, weil er sehr viel zu erzählen hat. Denn wir sind im Angriff, wir haben ungefähr etwas über 400k im Goldbereich, die wir gerne jemandem klauen möchten. Dieser jemand heißt Gegner und den wollen wir jetzt ausziehen. So, wir haben drei Rage Spells, zehn Drachen und wir gucken, was wir mit den Drachen machen können. Hahaha, ja, es muss einfach mal sein, so eine schnelle, oh ja, und schön auf Aufgeben drücken, genau. Wird natürlich nicht sein. So, erstes Lager down, zweites Lager, sollt ihr jetzt auch easy down gehen, mal gucken, in welche Richtung die sich bewegen. Wenn die jetzt, ja genau, das wäre natürlich cool, wenn die in dem Bereich bleiben, rage ich die gleich wieder weiter. Ja, dass die halt auch noch das Lager mitnehmen. Oh, ja genau, dreht euch bitte um, ihr seid kleine Kühe, die fliegen. So sieht's aus. So, geht ja gar nicht, Junge. Ja genau, jetzt noch kurz den Rage mitnehmen. Ja, na, ne, der Gift wird nicht viel bringen, weil die sich halt nicht lange an den Drachen aufhalten und dann natürlich auch in dem Bereich halt nicht lange so sind. Aber, na, oh yeah, hat's sogar alle gerüstet, einwandfrei. Wir haben 51%, die mir ja eigentlich total egal sind, haben aber ungefähr 200k gezogen. Passt. Dann brauche ich sogar noch 5k Dunkles, weil ich die Schweine erst upgraden möchte und dann die Walküre halt noch. Wenn das dann gegeben ist, geht es weiter. So, wie gesagt, ihr habt euch das ja die ganze Zeit schon gewünscht. Ey, hier bitte, bitte, bitte weiter mit, äh, mit Kommentaren. Ja, also sprich, wirklich irgendwie Kommentare lesen, beantworten, wie auch immer. Und das kommt natürlich auch. So. Weiter geht's. Hier zum Beispiel so eine Sache. Hier, äh, Kenny hat geschrieben, ja, Yoguzu, äh, Kennchen hier, äh, sagst du Bescheid, dass ich heute vermutlich meinen Account zurückbekomme? Und, also ich hatte zwar im Clan nicht Bescheid gegeben, hab mir das aber gemerkt und, äh, dann wusste ich Bescheid, was los war. So, mach mal einen Troll-Clan auf, ich will auch rein. Ne, mich interessiert das mit dem Trollen gar nicht so sehr, obwohl das mit dem Troll-CW richtig abging. Äh, das ging ja mal directly in da face. Aber richtig, das war richtig cool. Aber ansonsten, ne. So, was haben wir hier noch? Hast kaum Gold, hat einer geschrieben. Nile oder Nile, richtig, äh, Clash with Blue Lions, hat dann gleich dazu geschrieben. Ja, weil er die Mauern macht, ganz genau. So sieht's halt wirklich aus. Die Mauern kommen halt immer schön los. Und da hast du halt echt, da geht halt Gold und Alex drauf ohne Ende. Ja, genau, hier, das war auch ziemlich geil. Äh, Stars Crafter HD schrieb, du musst deine Truppen verbessern. Ich weiß, dass es viel kostet, aber trotzdem ist jetzt keine Beleidigung. Ich meinte, er ist nur gut. Vollkommen in Ordnung, das war auch keine Beleidigung. Und ich schrieb ihm dann zurück, meinst du mich? Meine Truppen sind bis auf Hox und Valkyra halt maxed gewesen, beziehungsweise immer noch maxed für Town Hall 8, auf dem Town Hall 9 Account ja schon lange. Und da hat er dann auch gesagt, oh nee, sorry, sorry, hab ich nicht genau hingeguckt. So, und dann passte das. Aber da dachte ich auch, wie? Also mich kannst du damit nicht wirklich gemeint haben. So, das haben wir hier. Dann sind wir die schon mal durch, das ist richtig cool. Und vielen, vielen Dank an meinen Clan, der hier jetzt einfach wirklich nebenbei noch die, ja, die Raids halt einfach mal gepostet hat. Richtig, richtig cool. Pixel schreibt, wie er beim Greenwalk einfach rasiert. Und du hast so recht, Pixel. Ja. Und Topspin schreibt, Pixel, wie schlecht deine Videos einfach sind. Geh mir nicht auf den Sack. Äh, ja. So. Mir genau ist zu sehen, dass deine Abos verdienen steigen. Ja, vielen Dank, ja. 17K hast du schon mal. Ach, waren das noch witzige Zeiten mit, äh, Rathaus 9, King 3, Queen nicht mal vorhanden. Das stimmt echt, echt. Ich weiß das noch. Ich wurde von einem Abonnenten angeschrieben und der sagte, wie wär's denn mal, wenn du deine Queen machst? Ich hab dat echt, ich, ich dachte mir immer, ach, Queen, hm. Ist halt ne Queen, wa? Hat halt keinen Sack. Aber, ja. Ach nee, den hatten wir schon, wa? Ja, Tamino hatten wir gerade schon. Aber, dass die Queen dann doch so extremst reist, ist schon echt enorm. Und mittlerweile halt wirklich das Maß der Dinge für mich. Hat noch einer einen Raid. Und, mach, ja, wie gesagt, äh, es gab ein Update, Guzoa schrieb, äh, Tim Ratgeber. Ähm, dazu ein Update-Video. Ja, wie gesagt, das macht jeder irgendwo. Und, deswegen, nee, da muss ich nicht der Zehnte sein, meiner Meinung nach. Klar, jeder macht es anders, das ist natürlich auch so eine Sache, klar, aber, äh, möchte ich eigentlich von Abstand halten. Justin HD, wie gesagt, wenn ich natürlich gerade zu dem Zeitpunkt gerade hier bin und gerade aufnehmen kann und das halt wirklich gerade passiert ist, super, bin ich dabei. Aber, wie gesagt, dann irgendwie zwei Tage später, oh, hier, das ist neu beim Update. Hm, nee, das macht nicht wirklich Sinn. Es ist einfach da oben bis 3600. Da findet man, also Tom Clash schreibt, es ist einfach, äh, da oben bis 3600. Ähm, da findet man nicht mehr viel. Nur noch Town Hall 10er und 11er. Ich war mit Town Hall 9 bei 3600 und habe zurzeit eine Heldenkombi von 25 gehabt. Okay, eine Heldenkombi von 25 ist natürlich echt, sag ich jetzt mal, low. Und da bin ich natürlich nur einiges drüber. Ich bin ja bei der Heldenkombi bei fast 60. Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Wobei ich aber auch zu meiner eigenen Verteidigung sagen muss, ich nutze ja momentan nur die Queen, wo ich ja dann auch wieder bei einer Heldenkombo von 27 bin. So. Und ich habe noch eine Mauerlevel 9. Alter, Kevin, läuft bei dir? Auf jeden Fall. Das ist natürlich ziemlich, ziemlich geil. Golem und Riesen, da gibt es bei mir nicht. Ist leider so. So. Gucken wir mal. So. Naja, angreifen können wir noch nicht. Einen Boost will ich auch nicht reinsetzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, mach mich Fame. Dazu müsste ich erstmal wissen, wer du bist. Also ich weiß, dass du schon eine Weile im Clan bist, aber ich wüsste nicht, wer du auf Dings bist. Ich bin ein Fame-Boy. Achso, genau, ja, okay. Okay, mach ich. Hat Herbert vollkommen recht. Wird natürlich CW erstmal gezeigt. Habe ich jetzt vollkommen verplant. CW-Ereignisse. Wir wollen natürlich nur den fetten Stuff erstmal. Lampu. Ja, komm hier, fangen wir mit Lampu an. Läuft doch hier, oder? Genau. Dann habt ihr hier noch was zu sehen und ich habe was zu erzählen. Caro Nails schreibt, langsam wird das leider sehr eintönig. Deine Videos. Sehr schade. Ähm, ja, äh, ist teilweise halt schwierig, über ein Thema zu, äh, beziehungsweise über ein Spiel, was halt in Anführungsstrichen begrenzte Möglichkeiten hat, ein Video zu machen. Das ist leider wirklich so, da würde ich jetzt, und da seht ihr eben auch halt selber, dass ich halt nicht sage, äh, was bist du denn für ein Sack, warum schreibst du denn sowas? Das verstehe ich vollkommen. Ähm, nehme ich mir auch irgendwo zu Herzen, probiere halt das irgendwie anders zu machen. Jetzt seht ihr das zum Beispiel mit diesem, okay, ich nehme mir das vor mit den Kommentaren, hau das halt eben nebenbei noch ein Gameplay mit raus, dass sich das halt irgendwo ein bisschen, ja, ändert. Weil, das stimmt schon, ist vollkommen klar, weil, wie ich immer nur im Champ gerade bin und hochpusche, verstehe ich schon, ist vielleicht nicht so, äh, und hoffe, es bessert sich. So, kannst du auch mal GTA spielen? Maxi, Holdinghausen, gib mir Zeit. Ich mach's gerne. Also wirklich gerne. Die Zeit. So. Die Bromigos schreibt, Guzoa, tat das weh, bei 8 Minuten 20 3K dunkles Elixier und 29 Pokale wegzuklicken? Oder hast du das gar nicht gesehen? Nein, da muss ich kurz mal reinschauen. Ich mach dazu mal den Dings auf leise. Nebenbei hier kurz mal Lampu rasiert. Schön. Einen richtig ordentlichen 3 Star, auf jeden Fall. Da wäre noch einiges mehr gegangen. Ganz klare Geschichte, also von einer, ja, von Truppen, beziehungsweise von Gebäuden des Gegners, wäre da noch einiges machbar gewesen. So, und jetzt ging's darum, dass einer sagt, hier, den hast du weggeklickt, da will ich mal gucken. Dann, zeig ich euch das mal. Ich mach mal leise. Er sagt dann nämlich 8,20. Ich geh mal auf 8,15. Ähm, nee. Und zwar, ich, 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 ich seh's ja jetzt hier gerade, ähm, das war ganz, ja, ganz bewusst, weil, was hätte ich machen sollen? Ich hätte ihn ja mit dem Queenwalk nicht angreifen können. Wär er nicht gegangen. Und deswegen hab ich ihn halt weggeklickt. Ganz einfache Sache. Aber wie gesagt, äh, berechtigte Frage halt wirklich, weil man sitzt sonst da, ähm, ja, hast du wohl ein bisschen blöd gemacht oder sowas? Oder, oder warum hast du das so gemacht? Hätte, kann ich dir gleich sagen, das wäre sonst nichts geworden. Dann kommt XML, ST, X, N, D, Ich finde deine Videos auf, ich feiere deine Videos aufs Übelste. Würde mich freuen, wenn du mal eine Only Clan War Folge machst. Ja, wie gesagt, die sehen wir ja jetzt hier momentan. Äh, die sind halt nicht kommentiert, aber jeder interpretiert da ja auch immer ein bisschen was Eigenes rein, bin ich der Meinung. Von daher ist das in Ordnung. So. Schreibt es Sven noch. Geilster YouTuber Guzoa, mach weiter so. Und der Schreiber Kevin schreibt, warum nimmst du keine andere Taktik? Weil ich diese gut kann. Und, und sie ist günstig. Muss man jetzt nämlich auch echt mal sagen, weil ich hab's heute wieder gesehen, wirklich, ohne Witz, fünf, maximal sechs Heiler, zwei bis drei Rage Spells. Was ist denn das? Die Bogeys noch ein bisschen dazu, die Mauerbrecher noch dazu. Das kostet alles nicht die Welt. Ja. Und dann halt die Möglichkeit, wenn die Queen halt wirklich nicht total fail läuft, halt danach wirklich noch einen direkt raufzusetzen. Was will ich denn mehr? Besser geht's gar nicht. Ja, CreepermanMC schreibt auch, du bist der Best-C-Tuber. Also wirklich vielen, vielen Dank. Also qualitativ von den Kommentaren halt eben auch, merke ich ja auch, in welche Richtung das geht. Wenn man halt wirklich am Anfang so gemerkt hat, oh, auch mit einem Like-Dislike-Verhältnis. Wir sind bei dem Video nur noch vier Level-8-Mauern, sind wir bei 171 Likes. Und fünf Dislikes, wo ich echt sage, Alter, was will man mehr? Ganz ehrlich, das ist, finde ich, bombig. Also das ist wirklich super toll. Und das mag ich halt. Also, und wie gesagt, es ist immer so. Also dieses Gefühl, wenn ich das mal so sagen darf, das werdet ihr in den Videos eventuell nicht so sehen. Aber wenn ihr mich mal so privat kennenlernen würdet oder werdet oder wie auch immer, werdet ihr das sehen? Oder dann würde man das auch merken, dass ich ein extrem, wie soll ich sagen, nicht komplimentgeiler, sondern ein extrem bestätigungsfreudiger Mensch bin. Also wirklich, dass ich sage, ich frage dann auch, was weiß ich, meine Frau, wenn irgendwie, was weiß ich, ich habe irgendwie was zu Hause gemacht, irgendwie aufgeräumt, wie auch immer, scheiß die Wand, dann weiß ich jetzt nicht. Und, hat es dir gefallen? Oder ist es schön? Ich brauche eine Bestätigung. Genau, eine positive Bestätigung. Aber, nicht nur, dass ich jetzt sage, hier gucken wir mal bei Big Doggy vorbei. Das war jetzt nicht so nur zu sagen, oh naja, gut, okay, ich brauche hier meine Bestätigung, deswegen mache ich halt auch YouTube oder sowas, sondern nein, es ist auch genauso andersrum. Oder genau, ein Lob. Genau, ein Lob. Das spreche ich aber auch bei anderen aus. Wenn ich halt sehe, oh cool, einwandfrei, der hat das und das richtig gut gemacht, oder meine Community ist halt richtig gut, die hatet nicht, wer weiß wie rum oder sowas, dann darf man das auch mal sagen. Dann muss man nicht einfach nur sagen, naja, gut, okay, hier, pass auf, also, ich meine, ich bin schon eine ziemlich geile Sau und deswegen habe ich halt so eine Community oder sowas. Nee, sondern wirklich, das ist nicht, nichts, ja, nichts, was einfach so normal ist, was man auch einfach so als normal hernehmen sollte. Meiner Meinung nach. Zeig mal ein paar neue Devs mit der neuen Dev Base. Ja, habe ich immer noch nicht umgebaut. Ich weiß, Asche auf mein Haupt. Ich bin da noch nicht dazu gekommen. Hm. So. Und zwar, Bester Zocker schreibt, hat meine Frage, ich spiele auch COC und meine Base Town Hall 9, sieht ganz gut aus von den Verteidigungsgebäuden. Mein Problem sind die Mauern, die sind schon sehr schwach, 7 bis 8. Und jetzt meine Frage, wie kann man schnell Mauern leveln? Die sind ja so teuer. 500k für eine, also von 7 auf 8 kostet es ja 500k. Ganz wenig. Ganz, ganz wenig. Das ist nicht viel. Guck es dir bei mir, wie ihr sagt, an. Wenn ich halt da sitze, besonders, wenn ich halt Town Hall 8 bin und halt zu viel Elixier habe. Klar, du sitzt natürlich jetzt da und hast noch ein bisschen mehr nachzuholen, weil du halt wirklich deine Mauern auf 7 und 8 hast. Auf dem Town Hall 9 ging es mir anders am Anfang? Nein. Wie lange habe ich gebraucht? Lächerliche zwei Jahre. Also, man sollte sich jetzt nicht irgendwie vorstellen, na gut, okay, komm, in zwei Monaten sieht das hier ganz anders aus. Nein. Ist definitiv nicht so und wäre Augenwischerei. Und ist es einfach nicht. Also, es dauert eine Arschvoll Zeit, auf jeden Fall. Mach es aber und maxe deinen Town Hall 9 richtig schön aus und dann passt das auch. Es dauert halt, wirklich. Und wie gesagt, so vom Goldfarm her, sage ich jetzt mal, weil du brauchst ja noch für die Level 8 Mauern, brauchst du ja definitiv noch Gold. Wenn du gerade sagst, oh gut, okay, ich habe aber mein Elixier. Wie gesagt, ich mache es halt wirklich so. Only Dragon plus Rage läuft. Ist mein Tipp. So, so mache ich das. Ähm, ja, und dass er meine Videos hart feiert. Richtig so. Richtig so. Ich hatte gerade 800k Loot. Richtig nice. Schreibt Luisa Mittermeier. Ja, ja, das ist immer richtig cool, auf jeden Fall. Armin Wels schrieb dann gestern noch, der Beutebonus wurde auf Champ 2 runtergesetzt und ich glaube sogar, dass er da so ein bisschen recht hat. Und, yeah, das wird leider nichts mehr, aber immerhin ein schöner Two-Star. Nee, aber das stimmt wohl. Der wurde wohl wirklich runtergesetzt. Äh, ja, Till Hagen schrieb, der schrieb und fragte halt, oh, warum antwortest du halt nicht? Weil das halt wirklich so ist. Es ist, ist auch eine, eine wichtige Sache für mich halt wirklich. Äh, klar habe ich immer mal eine Sache, dass ich sage, gut, okay, den von Herbert hatte ich schon mal in einem anderen, äh, Angriff gezeigt, meiner Meinung nach. Den müssen wir uns jetzt mal geben hier. Von Glorfindel. Ist auch ein YouTuber. Könnt ihr auch mal reingucken. Und, geht darum, dass ihr das auch garantiert merken werdet, oder, oder vielleicht auch schon gemerkt habt, dass ich halt wirklich am Montag teilweise sogar Kommentare beantworte, dass ich direkt hinterher schreibe, dass es auch gar nicht lange dauert teilweise, dass ich wirklich, ich sage jetzt mal manchmal, äh, zehn Minuten oder sowas und auf einmal hat man eine Antwort und an den anderen Tagen halt wirklich nicht so viel schreibe, eigentlich fast gar nicht. Das ist halt wirklich so, dass es meine Lösung für das Problem Zeit rauben, beziehungsweise COC machen, YouTube machen und dann Familie haben. Es ist einfach wirklich so, wenn ich mich halt die ganze Woche, auch die unter der Woche mit, äh, COC und YouTube beschäftigen würde, würde ich halt wirklich meine Familie vernachlässigen. Ist halt einfach so und ich will halt nicht, dass meine Familie sich irgendwie zwischen diesen beiden Sachen entscheiden muss. Ganz klar, weil es ist halt einfach wirklich ganz, ganz wichtig, die Familie zu haben und, äh, deswegen ist das halt die einzige Möglichkeit zu sagen, gut, okay, komm. Und unter den anderen Tagen ist es halt wirklich so, da bin ich halt, äh, für die Familie da und an den Tagen, wo ich eh in Hamburg bin, da kann ich richtig schön Gas geben. Das war's dazu. Damit möchte ich euch auch, ja, soweit in diesem Video verlassen. Und hier haben wir 66 Prozent, na, ein bisschen was geht noch, oder? 67, hier noch ein bisschen was, das könnte eventuell noch, ne, das wird nichts mehr, das ist schon in der Range vom Minenwerfer. Und dann war's das auch schon. Ich denk mal, das waren nette Sachen bis jetzt. Mal gucken, ob mir noch was vor der Linse kommt, aber das seht ihr im nächsten Video oder im übernächsten. Mal schauen, wie wir das machen. Ich wünsch euch was in die Haut rein.